Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja Leute, in diesem Bisschen wir zum Klärm gehen. Wir dürfen auf jeden Fall nur die lilanen Waffen auf jeden Fall benutzen. Und zwar alles halt nur lila. Heal dürfen wir auf jeden Fall benutzen. Weil ohne Heal ist es halt ein bisschen schwierig. Und mit dabei ist auf jeden Fall ChillFN. Den findet ihr auf jeden Fall im Link im Videobeschreibung und im Youtube Kanal. Schaut gerne bei ihm nochmal vorbei. Was geht ChillFN? Kannst du mal etwas sagen. Was geht, was geht. So der ist auf jeden Fall auch da. Ich kenne einen Bot und der hat auf jeden Fall eine lila Waffe. Aber passt auf, hier sind auch Gegner. Deswegen gehe ich auch ein bisschen den längeren Weg. Wo keine Gegner sind oder die mich nicht sehen können. Genau. Weißt du. Hier bist du jetzt bei mir. Hier kannst du bei ihnen eine epische Waffe auf jeden Fall kaufen. Hier Leute, ich kaufe es sogar. GekillT. GekillT. Die haben eigentlich nicht viel getroffen. Child bei dir sind so viele Gegner. Pass auf. Hinter mir ist gar keiner. Hier ist noch jemand. Hier, hier, hier. Ach du Scheiße. Geholt. 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 Jetzt kann eine andere in den Sturm kommen oder so. Hier. Ich schiff dir. Geholt. Geholt. Okay, der letzte. Der letzte. Der letzte. Wo ist der? Glaubst du wir holen einen epischen Sieg? Natürlich holen wir einen epischen Sieg. Wo ist der letzte? Wo ist der? Der kämmt bestimmt irgendwo hier. Hier, hier, hier. Ich schnapp dich. Hier, hier, hier. Ich seh's. Da, 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 da. Bruder, treff ihn mal. Ich treffe nur ein bisschen, nicht viel. ich treffe nicht nachladen epischer sieg mit lila waffe wirklich das ist sehr krass und wir machen jetzt auf jeden fall eine zweite runde warte mal kurz wir machen noch eine zweite wir machen es auf jeden fall noch eine zweite runde und holen wir noch ein epischer sieg soll es auf geht es auf jeden fall die zweite runde wir machen das auf jeden fall das ganze duo weil ich finde trio das sind vielleicht zu viel und dann sind es vielleicht zu viele gegner beziehungsweise zu viele teams unterwegs deswegen finde ich das ganze ein bisschen zu viel aber nächste runde dürfen gleich die zuschauer aus den chat auf jeden fall spielen ich hoffe du hast auf jeden fall ein leichter gelassen wir steigen wir wieder bei diesem ort weil dann kriegen wir auf jeden fall free eine epische waffe nicht ganz viel unser gold verschwenden wie denn naja gold ich habe eigentlich so viel gold wie würdest du das wort glück an einem alien beibringen erklären ich sag einfach du hast kein glück aber wie wenn du nicht reden kann wie kannst du das ganze anbeibringen nennen wir reden es gibt gar kein sinn was du sagst hier bis zu mir sind zwei gegner er spricht in englisch jeder kann nicht aber in elie nicht da war es wieder übte sind wir sind die gar nicht darf leider kennen wir immer passiert das immer passiert das bei der challenge aber wenn wir keine challenge machen dann haben wir das gefühlt so ungefähr ich habe jetzt das war mein ziel nächste video die nur legendäre waffen jaja legendäre den hätte ich übel viele aber ich habe nur leider lila da fliegt einer das worte angezeigt tische 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 tisch was haben viele übelst viele gegner komm 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 warte warte child es sind bei dir so viele gegner ich kann nicht kommen alter ich muss dich ja wieder beleben ja 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 krone komm ich belebe dich wieder jetzt bitte bitte spinnt nicht bitte 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 reicht es es muss ausreichen komm es reicht aus sehr gut hoch ich muss aufpassen gegner ich bin oben du bist noch am lieben hochschiff nicht ich sehe die gegner nein ich kann dich noch nicht holen einer schießt mich an einer schießt mich an wo hier ich geb mein bestes aber schießt ihn weg junge wir sind das da noch mit können ach du scheiße die schießen mich an ja danach machen wir goldene wo sind die da scheiße ach du scheiße wo seid ihr denn ich schießt mich von allen seiten ey das ist nicht mehr normal ne ich schießt mich wirklich von allen seiten alles aufladung ich habe alles gefühlt magazin ach du scheiße wo fliegt er denn hin oh mein gott ich treffe ihn weg alter ich gucke auf alle tasten alter wo ist der der ist bestimmt irgendwo in der zone wo der war da oben haha leider zweites platz neiiiin was lass mal mit goldene jungs und mädels das war es jetzt auf jeden fall mit diesem video leute meine hände haben auf jeden fall geschwitzt dass ihr bis zum support da schaut euch gern wie gesagt bei tschau nochmal nach und wir sehen uns bis dahin und tschau